Hallo, wir von Bimashop24 haben euch ja den Acer V7850 schon etwas näher vorgestellt. Jetzt möchten wir uns vielleicht noch mal kurz ein wenig mit den technischen Eigenschaften des Gerätes an sich beschäftigen. Wir haben das Gerät einmal eben hier platziert, damit man es dann auch noch mal ein bisschen von vorne sieht. Hier vorne haben wir die doch schon recht flexible Optik. Sie kommt auch aus dem Gerät heraus. Der 1,6 fache Zoom bringt dann im Heimkino doch schon einiges. Und hier oben haben wir ein Lenshift Stellrädchen. Wenn wir das drehen, wird die Optik entsprechend plus minus 15 Prozent vertikal versetzt. Ist natürlich für die Feinjustierung am Leinwandbereich sehr schön. Was wir bei dem Projektor auch sehen, wir haben ja eine recht neue Fernbedienung von Acer. Und was hier echt jetzt mal schön ist, wir können die Fernbedienung auch beleuchtet nutzen, sprich im dunklen Raum. Sowas hast du bei Acer wahrscheinlich noch nicht gesehen, Ecki. Klar, bei anderen Herstellern ist es natürlich schon gang und gäbe, aber es ist natürlich schon eine feine Sache. Und dein Eindruck so von den, ich nenne es jetzt mal, technischen Feinheiten. Was würdest du noch so dazu sagen? Ja, hallo. Ich bin auch positiv eigentlich überrascht. Vor allen Dingen hat mich überrascht, dass das Gerät, obwohl es ja sehr kompakte Abmessungen hat und 2100 Lumen hell ist, schon leise ist. Also ansprechend leise. Es ist jetzt nicht so diese, wie das oft bei diesen Geräten ist, dieses störende Lüftergeräusch. Das funktioniert wirklich schon ganz gut. Das hat man diesmal, glaube ich, ein bisschen mehr Entwicklung reingesteckt. Der Landschiff, der ist ein bisschen, das ist ja noch ein Prototyp hier, schwergängig. Man drückt das auch noch hier rein anschließend, dass wir es nicht so genau besser aussieht. Ja, durchaus wohnzimmertauglich, meiner Meinung nach. Fernmenü funktioniert sehr gut, ist beleuchtet. Die ganze Menüstruktur, alles, das ist wirklich jetzt mal auch für einen, der viel an den Geräten einstellt, wie ich, ist das wirklich sehr praktisch. Und vielleicht können wir ihn mal auf die Rückseite drehen, von den Anschlüssen her. Ja, da schlägt da so manchen Beamer der höheren Preisklassen, mit Ladenanschluss, RS-232, 2 HDMI. Ich bin jetzt selber überfragt, ob nur der zweite... Ja, da wird wirklich nur der zweite HDCP 2.2 fähig sein für die 4K-Quellen. Der erste wird dann halt für die üblichen Durail-Quellen dienen. Was uns auch noch ganz nett ist, er hat ja hier zum Beispiel auch noch die Stromversorgung via USB. Das heißt, man kann zum Beispiel so ein Acer-System oder ein Selexon-System für die Wireless-Übertragung von Full-HD-Signalen mit Strom versorgen. Was noch ein bisschen schade ist, er hat noch diesen etwas ungewöhnlichen 12-Volt-Trigger. Da muss man dann vielleicht, wenn man eine Leinwand antriggern will, ein bisschen schauen, dass man da den passenden Stecker bekommt. Denn es ist ja nicht der ganz so reine 3,5er Klinkenstecker. Das ist etwas dieser speziellere Anschluss. Das macht es dann ein bisschen komplizierter. Du wolltest noch was sagen, Eki? Ja, ich wollte noch sagen, das ist für so Funkempfänger praktisch, aber natürlich auch für einen Chromstick oder so ein... Also all diese externen Zuspieler, die eben auch noch Strom brauchen. Also dann spart man sich natürlich nochmal das extra Netzteil. Das ist natürlich schon eine gute Sache. Ja, so wie man sieht, von den Anschlüssen her lässt er eigentlich keine Wünsche offen. Klar, bei den HDMI-Anschlüssen ist es natürlich schöner, wenn jetzt beide HDCP 2.2 könnten, aber das finden wir ja bisher wirklich nur bei den sehr, sehr hochpreisigen High-End-Geräten. Selbst Geräte, die 2.000 Euro teurer sind, haben in dem Bereich ja auch nur einen HDCP 2.2-fähigen Anschluss. Was vielleicht noch interessant ist, die lichtstärkere Variante der H7850 soll bereits in Kürze verfügbar sein. Der V7850 wird voraussichtlich in zwei Monaten verfügbar sein. Vielleicht ein wenig schneller, vielleicht ein bisschen länger. Muss man schauen, wie schnell die Geräte hier sind. Und vom Preis liegen beide Geräte im Moment im Einstieg ca. 500 Euro auseinander. Da muss man mal schauen, wie sich das mit der Zeit entwickelt. Ob sie sich in dem Bereich etwas annähern oder ob sie da vielleicht noch ein bisschen weiter auseinander driften oder auf dem Stand bleiben. Müssen wir mal schauen. Aber wie man sieht, da hat Acer wirklich einen tollen Job gemacht. Dafür, dass es jetzt die zweite UHD-Serie ist mit den Geräten, hat man da ein wirklich tolles Gerät rausgebracht. Und dank der weißen Farbe ist dann natürlich auch fürs Wohnzimmer noch sehr interessant. Die H-Variante wird durch die höhere Lichtleistung natürlich noch ein bisschen interessanter sein. Dann wird vielleicht im Farbbereich ein klein wenig da drunter liegen. Aber wenn der Eindruck so bleibt und auch die Lautstärke bei dem Gerät entsprechend auf diesem Niveau bleibt, kann man da absolut nichts sagen. Oder was meinst du, Ecki, so zu dem H-Modell, ohne es jetzt schon mal gesehen zu haben, von den Specs her, 3000 Loom, viel mehr von der Geräuschkulisse, dürfte er dann eigentlich auch nicht dazukommen, oder? Nein, wenn ich das richtig verstanden habe, wird die mehr Helligkeit hauptsächlich über das Farbrad erzeugt. Das heißt, das wird ein Farbrad sein, das etwas mehr auf Helligkeit und weniger auf Farbgenauigkeit ausgelegt ist, wie du schon gesagt hast. In dem Fall glaube ich, das wird eigentlich genau dieselbe Lautstärke haben. Der wird nur im Peak-Weiß dann heller sein und mit der Brilliant-Color-Funktion wahrscheinlich dann insgesamt was heller wirken. Aber unter Sachen Farbgenauigkeit ist natürlich dann das V-Modell etwas überlegen. Ja, also wie wir sehen, wir haben bei dem Gerät wirklich alles, was man sich wünscht. 4K-Akkumotion mit Zwischenbildberechnung, HDR-kompatibel, eher REC709, REC2020 kompatibel, alles drin. Wir freuen uns auf die Geräte, wenn sie gelauncht werden. Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden. Vielen Dank, Ecki, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.